Die Ausufernde Überwachung und Kontrolle gefährdet unsere Sicherheit und Freiheit. Mehr Freiheit, mehr Bürgerrecht und mehr Raum für uns. Die Regierende Politik hat bisher nicht verstanden, was Informationsgesellschaft bedeutet. Wir kämpfen für Demokratie, für Transparenz und für bürgerliche Freiheit. Ich möchte nicht überwacht werden. Ich möchte auch keine Zensur im Internet. Die Überwachungsmaßnahmen und die Repressionsmaßnahmen werden immer erst an den Schwachen ausprobiert und dann treffen sie uns alle. Dazu sagen wir vor Teufel! Die große Erkrankheit hat gerade erst begonnen. Die Freiheit werden wir uns nehmen. Freiheit schritt ganz europaweit. Wir als Deutsche wissen, nur zu gut, wie fragil eine Demokratie ist. Berlin, Potsdamer Platz, 11. September, 13 Uhr geht's los. Da will ich euch alle sehen. Bis dann! Die Verteidigung! Die Verteidigung! Untertitelung. BR 2018